Was für ein Tag an den Börsen! Man kann es ja fast gar nicht glauben, was hier aktuell gerade abgeht. Wir haben einen wieder erstarkten DAX, der mehr als steil nach oben geht. Hervorragend, so sieht eine typische starke, impulsive Welle aus. Gebraucht hätte es was Korrektives, um die Fortsetzung nach unten in irgendeiner Form voranzutreiben. Er hat im Moment ja, wir sehen das hier auf Tagesbasis, hier das Tief als aktuellen Startpunkt. Noch ist es nicht vom Tisch, dass wir später diesen zweiten Dip hier noch mal bekommen. Also bitte noch nicht übertreiben, das ist noch immer möglich. Aber vorläufig wollen wir über die Abwärtsseite nicht reden, denn die letzte aktuelle Bewegung ist nun mal ganz klar eine starke nach oben. Jetzt gilt es zu gucken, ob die nächste Bewegung mal wieder eine wackelige ist. Also das Pandor zu irgendwie was so in dieser Richtung jetzt hier. Das ist nicht so sehr schön da vorne gewesen, zugegeben. Vielleicht kriegen wir das hier schöner hin. Dann hätten wir die beste Voraussetzung, dass sich das noch mal fortsetzt. Also der DAX eigentlich in der perfekten Situation. Er muss halt irgendwann mal einen Rücksetzer machen, damit er mich glücklich macht zumindest mal. Und das idealerweise so in diesem Fibonacci Bereich 38, 20. Von mir aus ein bisschen höher, ist auch noch in Ordnung. 50er Marke, vielleicht auch noch 61, 8, aber dann auch nicht mehr so tiefer. Also ihr erinnert euch, so diese Zone da rein. Idealerweise. Und das aber wackelig. Also mehrfach wackelnd oder ABC. Das wäre eigentlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Denn dann hätten wir eine Seite stark, eine Seite irgendwie schwach. Und die beste Voraussetzung, dass sich die starke Seite noch mal fortsetzt. Theoretisch habe ich euch hiermit einen ganz klaren Handelsansatz gezeigt. Genauso setzen wir sowas um. Sprich, machen wir es mal einfach. Wir haben so eine ABC. Wenn der Kurs da drüber geht, also waagrecht gezeichnet, dann wäre das hier sozusagen der Entry. Um dieses Ziel, zumindest mal diese 1 zu 1 Projektion noch mal zu sehen, hätten wir sogar noch ein neues Hoch. Wäre ja nicht selten, dass der Kurs mal einmal drüber schießt und danach erst wieder zusammenfällt. Soll man also jetzt kaufen? Kann man doch dann, wenn er das doch eh sieht. Vorsichtig. Das Ganze findet nur statt unter der Bedingung, dass jedwede Gegenbewegung per se schwach ist. Das heißt nicht, dass der mal winzig hier steil runterkommen kann. Aber sobald wir in dieser Zone, die ich hier markiert habe, angekommen sind, dann zählt es, es muss korrektiv A, B, C oder alternativ von mir aus auch irgendwie sowas sein. Also etwas, was mehrfach wackelnd ist, was nicht die starke Richtung ist, was flacher ist. Trennkanal wäre ein Thema. Lauter solche Sachen, die sind Hilfen, um die Dinger zu erkennen. Es gibt auch so ein paar komische Kollegen, die man ganz schlecht auseinanderhalten kann. Die will ich aber an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt jetzt mal nennen. Aber wenn es so schön aussieht, wäre das nahezu zwingend. Jetzt direkt reinzugehen, ist das Wagnis ein bisschen. Erstens mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das ganz häufig erlebt. Ach Gott, jetzt will ich es nicht weiter verpassen. Ich kaufe jetzt einfach. Die Chancen für da oben sind ja da. Was macht der Kurs? Als nächstes geht er runter. Ich habe am höchsten Kurs gekauft. Finde ich super unangenehm. Mag ich nicht. Das passiert halt regelmäßig. Dann sitzt man auf seinen Verlusten und dann kommt es doch irgendwie anders, weil irgendwas Blödes passiert. Und dann ist der Kurs nämlich nicht mehr wackelig, sondern steil runtergelaufen. Und ich habe da oben gekauft und bin der mit dem langen Gesicht. Aus dem Grund kaufe ich den Markt da nicht hinterher. Entweder er bietet mir diese Verbilligung an. Dann kann ich da einsteigen mit dem Trigger oder er macht es halt nicht. Da muss er halt ohne mich zurechtkommen, was er leider häufig auch kann. Aber na gut, damit habe ich das Risiko zumindest einigermaßen begrenzt. Also der DAX vorläufig erstmal in guter Stimmung. Ob es dann von hier oben direkt weitergeht oder ob es danach nicht doch noch einmal diese tiefere Bewegung macht, das vermag ich nicht zu sagen. Wie gesagt, ich fände es schöner eigentlich, wenn er da hingeht. Aber nicht immer, kann ich euch versprechen, macht der Markt das, was ich am schönsten finde. Aber es ist halt doch, dass es relativ häufig einigermaßen gut passt. Und deshalb der Hinweis auf diesen Rücksetzer, der ist noch nicht vom Tisch. Auch wenn ich vorläufig jetzt hier im Intraday-Bereich erstmal die Longseite schöner finde. Gucken wir mal nach Übersee. Was machen die Amerikaner? Bei den Amerikanern ist es noch nicht ganz so klar, weil ihr seht schon, dass diese Aufwärtsbewegung eben nicht einwellig ist, aber auch noch nicht fünfwellig ist. Noch ist das dreiwellig. Allerdings mit einem positiven Hang, denn dieser ist länger als dieser Arm. Noch könnte man sagen, naja, A, B, C nach oben. Wenn er jetzt hier unten triggert, dann Short. Ganz blöder Einstieg, weil viel zu weit unten. Wenn der Kurs hier oben war, will man ungern hier unten erst reingehen. Aber das wäre zumindest mal Killer vorläufig für die bullische Seite. Würde, Entschuldigung, die 33.000 hier nochmal sehr realistisch eben machen. Auf der anderen Seite, je länger der jetzt hier sich noch nach oben fortsetzt, desto schöner ist es, wenn dann ein Rücksetzer ist, als der möglicherweise ja überlappungsfrei bleibt. Ja, deshalb ist es gut, je mehr der noch steigt. Selbst wenn er dann so einen Rücksetzer nochmal macht, seht ihr, ah, das Hoch ist höher als das. Das muss ja nicht exakt die gleiche Länge sein. Das ist nur so eine Orientierung. Also wenn ihr das beides habt und es überlappungsfrei ist, dann kommt gerne eine fünfte und dann sind wir wieder in unserem fünfwelligen Modell. Und wenn wir dann wackelig runterkommen, sind wir in der gleichen Argumentation wie beim DAX. Jetzt im Moment jetzt schon hier den wackeligen Rücksetzer zu handeln, finde ich nicht so sexy, weil das eigentlich die erste, die zweite, die dritte, dann wäre das die vierte Welle. Man kann auch die fünfte Welle, die jetzt dann käme, handeln, die ist aber nicht zwingend so lang wie diese hier. Die kann so lang sein, die kann aber auch gerne kürzer sein. Das ist dann wieder eher etwas typischer. Also diese 1 zu 1 Projektion, die gelten typischerweise dafür, wenn das die erste Bewegungswelle ist. Also wenn wir sagen, wir haben hier zum Beispiel so einen ersten Teil, dann haben wir hier so eine ABC in der Mitte, dann ist hinten das gerne ähnlich lang. Das muss nicht hier, es ist auch ein bisschen kürzer, aber ihr erkennt schon, dass das grobe Prinzip ist, dass das dann ähnlich lang ist. Oder wenn ihr das hier seht, ihr habt eine erste und dann kommt hier die Gegenbewegung, dann ist das hintere Teilstück auch noch mal so ähnlich lang. Das ist nur eine Orientierung. Das ist nicht jetzt, dass das Gesetz ist und dass das immer exakt so sein muss, aber es ist halt sehr häufig, wenn ihr eine habt, dann habt ihr hier eine sehr starke Gegenbewegung, dann ist die nächste Bewegung ähnlich groß. Das gilt immer dann, wenn das die erste ist. Der Kurs kam von unten, deshalb ist dieses Teilstück die erste und deshalb passt das. Dieses Grundgesetz ist eigentlich ein falscher Begriff, weil das würde ja quasi zwingend sein, aber diese Daumenregel, formulieren wir es mal so vorsichtig, bezieht sich aber wie gesagt nur auf die zweite Fortsetzung, also sprich das, was wir dritte Welle nennen, aber nicht notwendigerweise auf die. Die ist häufig dann auch wieder etwas kürzer, deshalb dann lieber auf die größere Korrektur warten nach dieser Geschichte. Ist ein bisschen komplizierter, wem das zu komplex ist, der guckt sich das beim DAX an, da ist es ja einfach. Blöderweise bei den Amis, aber generell im Moment eher auf diese Art und Weise. Nochmal für das Augentraining habt ihr eine Seite stark und dann irgendetwas, was in dem Fall nicht ABC, sondern wackelig in die Richtung geht. Fortsetzung auch hier ein bisschen zu kurz, aber immerhin als grobe Orientierung, wie weit das Ding läuft. Ich habe es auch, glaube ich, ein bisschen zu lang gezeichnet, aber ich glaube, ihr erkennt das Prinzip, was dahinter steckt mit der starken und mit der im Verhältnis dazu einfach viel schwächeren Bewegung, die wir da haben und dann die zumindest mal kurzartige Fortsetzung der Bewegung. So, aber ihr seht, dass wir hier ebenfalls nach oben sind. Dieser Arm jetzt länger wird und je länger der wird, desto weniger ist es nur eine ABC, denn die sollte ja typisch sehr ähnlich lang sein. Wenn der jetzt aber sehr hoch geht hier, so wie wir jetzt ja schon bis dahin gediehen sind oder vielleicht sogar noch weiter läuft, desto weniger wahrscheinlich ist ABC und Fortsetzung nach unten, sondern es ist dann eher A. Dann machen wir hier eine kleine Korrektur und anschließend gehen wir weiter und dann sind wir wieder fünffällig nach oben und nach einer Korrektur geht die Fortsetzung dann entsprechend weiter. Also, ihr seht, das ist überall mehr oder weniger gleich. Da müssen wir uns den Nass da kaum noch angucken. Auch hier ist die Situation ähnlich. Wir hatten gestern darüber gesprochen, zagt, und zumindest mal so die 1 zu 1 kommen. Machen wir es doch genau so ungefähr diese Fortsetzung nochmal. Das Mindestziel haben wir gesehen. Ab jetzt ist alles andere Kür und je weiter es läuft, desto eher die vierte Welle, später die fünfte, danach die nächste größere Korrektion. Oh Gott, ich kriege schon gar nicht mehr hin hier. Denkt an den Rücksetzer Fibonacci 38 bis 61 und dann hätten wir hier die nächste Fortsetzung. Es sieht gar nicht so schlecht an den Börsen aus. Ich will mir ersparen oder euch ersparen, da jetzt fundamental drüber zu argumentieren. Wir wissen, Evergrande ist ein Thema, das sicherlich mit Sorge angeguckt wird, aber vorläufig zumindest mal, wie lang das abgehakt ist, das sehen wir dann noch, aber vorläufig mal erstmal nicht mehr so kritisch gesehen wird. Evergrande teilweise 30% heute im Plus, am Ende waren es noch 19, wenn ich das richtig gesehen habe, in Hongkong. Also deutlicher Anstieg auf jeden Fall, die Erholung. Also da scheint die Kuh vom Eis und die Marktteilnehmer scheinen sich darüber zu freuen, dass das mit dem Tapering der US-amerikanischen Notenbank wohl erst im Dezember losgeht. Bis dahin haben wir noch Zeit für neue Anstiege und dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. So scheint es ja. Keiner scheint wirklich erschreckt, sondern die Stimmung noch nicht ganz schlecht. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.